Okay, dann also erstmal zur Oma. Und dann können wir, glaube ich, auch sie anrufen im Wohnheim. Und wieder ein Traum. Siehst du das? Sie sind beide unerwalt, beide geschehen. Das ist... Erkennst du das Haus? Gut. Lick die Flamen, buddy boy. Lick die Flamen und fühl die Haltung. Lillys painting, burning and the kid from the cemetery. Das muss etwas sein. Nein, ich brauche keine Telefon zu machen. Oh. Okie dokie. Wenn deine Großmutter nicht überlebt, sich selbst für eine Zeit zu lassen. Natürlich. Du gehst weiter, Kinder. Ich bin direkt hier, wenn du mich brauchst. Wow. Sie stalkt sie ja richtig krass, ey. Aber sie meint es so gut, sie möchte uns helfen und ja, ein bisschen creepy, aber... Warte. Hm. Das Unterste? Ja. Das ist nicht cool. Was machst du hier, Aileen? Helping you, silly. Why else would I be here? Clearly to torment me in one way or another. Was a single morning devoid of Aileen too much to ask? I'm frankly surprised that I'm allowed bathroom breaks by myself with you in the same building. I was super bored. Besides, you never got back home last night. I wanted to make sure you were okay. Well, as you can plainly see, I'm not a corpse. You could be a very convincing zombie. Very funny. You can go home now, E. Fine. I won't tell you what I found in my research yesterday, then. Nein. Fehlt mit ihr. Ugh, I hate you. I'm so glad you asked. I looked up a few statistics for this county, looking for any anomalies. First off, there's a high number of missing persons reports in the area. That wouldn't be too unusual if, let's say, the county had a high crime rate. But it doesn't. Violent crimes are actually lower than in other comparable counties. Huh. That's just outright creepy. It gets even better. It turns out that this county has the highest number of clinically insane in the state. And guess what? Conwell Springs County is tiny, per capita. The difference to the county in second place is humongous. Over a thousand percent. That makes sense. I found out that this cocky person is locked tight at Ingstrom's. Wow. We should go talk to him, right? He must have some answers. That's the plan. I should probably fill you in on the rest I found. So, I'm gonna head over there today and confront Isaac about the paintings. Don't you think it's a bit risky, Kathy? It could just backfire and piss him off. Oh, I'm hoping it will. Nothing wrong with some good old provocation to make people show their true colors. You never gave him the picture of the lights, right? Nah, I didn't want the guy to faint. He sounded pretty brainwashed about the Holy Trinity thing. And none of the church people know who I am, right? I guess not. So? My point is that you grilled the priest good yesterday. You already tried it your way. I'm a fellow Christian. Maybe I could try something different, like make up a cute cover story and pretend to want to join their church. If he still won't trust me, I can show him my copy of the picture. Maybe it will make him open up. I suppose it would give me enough time to drive back to the city and talk to Jimmy before it gets too late. Yay! Oh, let's do it! I'm so excited. I can't wait to lie to people. What? You know that's a sin, right? Oh, I'm sure Jesus will make an exception this time. After all, he loves me. I'm not gonna waste any time then. Let's catch up on the phone tonight. Okie dokie, talk to you later. Hello Jimmy, I've been looking for you. Oh, is it real this time? Yes, this is all very real. So you're going to ask me about Joseph now? How do you know that? Who told you? You did. Every time you came here. You're not making any sense, Jimmy. We've never met before. I'm making perfect sense. Everyone says so. I'm the sharpest tool in the shed. All bits are off now, Missy. Better buckle up and enjoy the ride. Forget all the rules. No going from top to bottom. No checking off all the items on your list. Start by asking me about the young chronicler. Junge Chronistin? Lily Myers, or was? Fangen mit dem Vorfall 81 an. Oben nach unten los her. Do you know what happened to my grandfather in 81? No. That's not the chronicler. So, we should have to take another line. Not just from top to bottom. So then, yes. Lily Myers was the chronicler? A drowned girl? Yes. She saw the loops. The endless possibilities. She found that the branches had all been severed. Nothing but inevitability remained, staring her right in the eye. In the end, she was pulled across the great threshold. Just like I was. I was next. Next for what? You're not listening. I'm next. Ich weiß es. Ähm, wir erfahren jetzt, was als erstes passiert ist bis einem bis... Weißt du, wie ich mein? Also, bis auf. Ähm, Lily Myers ist als erstes tot. Also, sie ist getrunken, ne? Angeblich, ne? Danach kam er. Er ist er... Wie heißt er? Jimmy Crocker. Ja, genau. Jetzt mach Jimmy Crocker. Was ist das? Ja, genau. Warum bist du in diesem Ort? Ich bin nicht. Ich bin sechs Meter unter, schaufe auf, 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 auf. You know, Joseph war ein Beacon. Sein Passes sent ripples, traveling in all directions. Touching all of us, mit burning intensity. In my case, Resulting in immobilizing guilt. Die Black Hats. Ja. Die Black Hats. Die Black Hats. Sie sind die Menschen, die verbreiten die Regeln? Ja. Ihr Vater hat alle Regeln in der Bibel, hat er nicht? Das ist eine milde Art. Ich fühle deine Schmerzen. Aber du wird ihn frei von bald. Ich habe dich in einem großen Pferd, auf einem großen Pferd, der letzte Memento von ihm in die empty Blackness unten. Ihr Mutter, auf der anderen Seite. Das ist eine Geschichte mit einem anderen Endeffekt. You know Mom? Wie, wie ist sie? Warum nicht sie sich selbst sehen und herausfinden? Es ist kompliziert. Die letzte Mal, die wir besucht haben, war... ugly. Schauen, wird es nicht weniger ugly, Kathi. Ich weiß. Aber noch nicht. Sehr gut. Wir gehen und sehen den Mann, die du mit seiner Familie mit ihr. Der Mann, der ähm... ähm... Der gute Mann. Der Mann in red? Ist das, was du sprachst? Ja. Wahrscheinlich. Wer ist er wirklich? Der Kollektor von Seelen. Derjenige, der beckert und vorbereitet. Einige nennen ihn ein Geistführer. Einige nennen ihn ein Geistführer. Einige, ein Däver in red. Du machst so viel besser als das letzte Mal. Jetzt frag mich über die erste Sache, was du denkst. Ein... Ein und 80, oder? Was hat mit meinem Großvater in 81? Oh, poor Joseph. Wrong place. Wrong time. Wrong friends. Wrong life. An unstoppable force. Meeting an immovable object. There had to be course correction, Kathi. The house always wins. What did you ask him to do? I asked him to find the source and destroy it. For me. For Lily. For all of us. The source of what? Everything. The madness. The betrayals. The limitless suffering. How would he do that? How would he do that? I don't know. Joseph had a plan. He had allies. Allies? Who? The man in red. Someone else too. I found the message you left for Grandpa. You said, It happened to you too. What did? Meeting the lights, of course. Don't you have my picture from the night in the forest? You mean this? Oh, yes. They felt so warm. So comfortable luring me in. But when they got close, I could feel my mind split in two. I found myself with one foot on either side of the line. The thin line between hell and here. It felt like breathing through my nose with my mouth underwater. No wonder some sink beneath the surface, never to be heard from again. Was that what happened to Joseph, Jimmy? Did he sink to the bottom? I wish I knew. I'm just a man stuck with his ear up against the wall. Picking up a word here and there. I am so tired, Kathy. I can feel the lights even now. Endless static in my head, like a TV tuned to a dead channel. But what are they? Where do they come from? The cradle of obscurity. The alpha dwaromega. The distorted mirror. Why are you constantly speaking in riddles? Why do you assume I have a choice? We are nearing the end. Ask me about the misguided faithful. The church of the heiligen Dingsbums, right. Is the church of the Holy Trinity the misguided faithful? They are, yes. What makes you call them that? Isn't it obvious? They believe the lights are divine. The lights are neither divine nor unholy. They are but a twisted reflection of us. The judge and the jury are innermost child. Our greatest fear. Everything we long for and desire. It's more than most of us can take. The cup ruddyth over. How do I stop them? You must go to their birthplace. Their source. You must go to the cradle. It's the only way to save your friend. What? Are you talking about Eileen? Yes. She is being claimed. She's in great danger. You have to go back, Kathy. The nurse. I need more than that, Jimmy. The nurse. Help me. The nurse. The nurse. How creepy was that? I just got a mega-gain. I got a mega-gain. I need to find Eileen. The church. The church. The church. I can't go to the church. There is the church. I can't go to the church. I can't go to the church. Okay. Yeah, it's okay. Chill. Nein, Eileen, 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 Eileen. Wie du halt rechts? Es ist ein Altar. Du kennst, das Ort, wo die... Locked. Andere Tür. Ich bin gerade... Ich bin gerade ein bisschen irrbelig. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Spannend. Spannend gemacht. Alles durchsuchen. Nichts. Hockt das Bild an. Oh mein Gott. What in the Lord's name are you talking about? Red-haired girl, I know she came here to see you. Tell me where she is or I'm calling the cops. I don't think that's quite necessary. Breaking and entering, are we? It's Esther. You don't understand. My friend has been kidnapped. Funny story. Hands behind your back. Now! Ugh. You gotta be kidding me. Better hope that Father Price doesn't press charges. I want my phone call. Can't hear you in there. You are such a fucking prick. Enjoy your little vacation. I know I will. Ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Deinem Koffer war... Trink ich das? Kannst du dein Inventar? Nein. Scheiße. Ja, probiere die Schlüssel aus. Ich hab... Nein, alles weg. Ich hab... Ist da nicht drin, guck mal, innen, ob irgendwas noch ist. Nee. Schau mal, ob drin irgendwas ist. Ne, hier drin ist nix, es ist nur die Gefängnistür, alles andere kann man nicht anklicken. Sieht aus, dass der Mop in den Platz ist. Vielleicht kann ich es ein bisschen benutzen. An das Regal kommt sie natürlich auch nicht. Ich hab doch gerade eben auf das... Nein, du hast die ganze Zeit nur auf das rote Ding oder auf den Tisch. Oops! Oops! Wie kann ich das... Wie kann ich das bieten? Ah. Okay, Moment, das war du, dann du, dann du und dann du. Okay. Beweismaterial? Okay. Got all my things back. The key I found in the church, too. Huh? Ich hab gerade übertrieben Gänsehaut. Das war... ...was auch immer was. Das war... ...was auch immer. ...was anderes in der... ...zutaus schwer zu beurteilen. Ich hab alle eine Schlüssel. Das war... ...das war... ...was anderes in der... ...zutaus schwer zu beurteilen. Ich hab alle eine Schlüssel. Sorry, dass ich so geschrien habe, aber... Ich hab besser. Okay. Nein, nein. Dann gehen wir mal raus. Jetzt werden wir wahrscheinlich direkt wieder eingesperrt. Oder auch nicht. Okay. Wir müssen wieder zur Kirche, denk ich mal. Big King, das Fahrrad war trotzdem, wo ich es verlassen habe. ...undere Schlüssel? Hm. Was können wir dann mit dem Schlüssel machen? Ist das ein Geheimgang, vielleicht? Nein. Bibel? Was können wir denn damit machen? Ich sollte wirklich nicht. Sie werden vielleicht verraten. Okay. Wir können nichts damit machen. Ähm, äh... Ah, warte mal! Mit dem Dietrich vielleicht aufmachen? Oh mein Gott, wir sind so dämlich. Nice. Ich sollte das Büro suchen. Ich glaube nicht, dass hier nichts benötigt ist. Ja, dann gehen wir halt in die andere wieder rein. Ja, dann gehen wir halt in die andere wieder rein. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas Interessantes. Ich meine, mehr als nochmal eingesperrt werden können wir ja auch nicht. Schrank. 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 Dann nehmen wir doch dafür mal den Schlüssel. Nein. Dann nehmen wir dafür vielleicht den anderen Schlüssel. Ne, glaub ich nicht. Nein. Dann probieren wir's mit dem Dietrich. Nicht eine schlechte Idee, aber... ... es ist kein Tumbler-Lock. Ah, okay. Dann nicht. Puh, keine Korpsen. Es sind nur ein paar Priester-Aufzeiten drin. Nichts interessantes in den Pocken. ... Eine Fotos von einem jüngeren Vater Bill mit zwei Mädchen. Wahrscheinlich Isaac und seinen Bruder. Böke über Spiritualität und Theologie. Nichts ungewöhnlich. Ja, ich guck sofort auf die anderen Seite. Äh, da ist aber nur verschiedenes Zeug. Ja, ein Porträt. Ich frage mich, was die Kirche war, damals, als Vater Bill umgekehrt war. Da war doch nur ein Verstehendes Zeug. Kannst du das auch umklicken? Nö, es ist einfach nur ein Verstehendes Zeug. Hatte ja schon gerade eben gesagt. Es würde nicht eine Kirche sein, ohne eine. Ich habe das schon untersucht. Also der Raum hier ist schon vollständig abgesucht. Und in den anderen will sie ja nicht rein. Das heißt, wir müssen woanders hin. Hier ist ja sonst gar nichts mehr. Aber wo können wir hin? Ähm, da wo wir den Roten Mann gefunden haben. Okay. Warte mal, was war denn eigentlich... Gehen wir mal da hin, aber was war denn eigentlich auf dieser Karte, die wir da gefunden haben? Darauf haben wir uns die eigentlich mal angeguckt? Ich hatte... Hatten wir nicht irgend so eine Karte aufgehoben? Nein. Klar, die hat doch hier gelegen. Das war das Bild, du Nudel. Welches Bild? Von einem Roten Mann. Ach ja, genau. Bist du nicht weitergegangen? Da geht's nicht weiter. Dann geh in den Friedhof. Okay, Friedhof. Guck mal mal auf den Friedhof. Guck mal mal auf den Friedhof. Weil da haben wir den kleinen Jungen gesehen. Guck mal auf den Mausoleum ist. Guck mal auf den Mausoleum ist. Guck mal auf den Mausoleum. Ich habe das, was du gefragt hast, Vater. Aber etwas ist anders an dieser Stelle. Es ist nicht so, wie es sollte. Sie kann sich beschädigt werden. Ja, wir müssen nur warten und sehen. Dann mehr Menschen. Ja, sie verdienen alle, in der Glorie von Gott zu besuchen. Ich weiß nicht. Wirkt da gerade so ein bisschen anders. Hey, was ist das? Echt das! Eileen? Nein. E conflictlich, wie er mit Großbritannien teilt ist. Es geht gleich an, wie es mit wie, Großbritannien. Was er haben für dich gesehen? Wir holen diese Strecke auf dich. Wauw, E. Binde ihn fest. Das sollte es tun. Ich glaube nicht, das wird helfen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ich weiß nicht, was wir machen sollen, was müssen wir machen. Ähm, versuchen wir irgendwas dahinter zu machen. Graham Thomas Price, born February 13th, 1931, died October 21st, 1983, Father Bill himself. Joshua David Price, born June 8th, 1961, died September 5th, 1983, Isaacs Brother, perhaps? Aber, 21. Oktober 83, 5. September 83, das war also ein Monat vorher. Ja, das ist ja er. Arthur Price, born April 11th, 1918, died December 4th, 1982. Das ist ein gutes Jahr vorher. Ja. Henrietta Anne Price, born April 22nd, 1933, died Father Bill's wife. Ernest Edward Price, born December 20th, 1890, Agatha Price, born November 3rd, Barbara Price, born... Was ist mit denen hier? Das Grave ist blank. Wahrscheinlich für zukünftige Descendants. Das Grave... Ok. Durchsuchen wir den mal. Er hatte eine Schlüssel an ihm. Du wirst nicht davon wegkommen. Ok. Was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel mit Anhänger? Vielleicht für die... für den Wandschrank? Ja, aber wir wollen doch die jetzt nicht da lassen. Ok. Ja, 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 ja. I'm gonna refrain from hauling your ass back to that cell. But you better not leave town until we've sorted all this out, or you can look forward to a statewide APB. Got it? That's more than fair, Sheriff. Thanks. Good. Come by the station when we've dropped off your friend. We'll need to take your statement. I will.